Lachen macht das Leben schön, jetzt ist gleich zu weit. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen, für die Abwehrstärkenzeit. Ja, Bertha, kannst du schon gar nicht mehr erwarten. Wir haben dich nur so lange nehmen lassen, weil du uns so ans Herz gewachsen bist. Aber jetzt, jetzt können wir leider nicht mehr länger warten. Jetzt bist du dran. Noch ein paar Grunzer, und dann hast du deinen letzten Grunzer gegrunzt. Na, schreckst du nachvollziehen, sagst du ein schöner Gruß am Bäder, gell? Na, 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 bist du ja mit dem verkehrten Fuß aufgestanden, hä? Mit dir rede ich nicht mehr, Papa. Mein ganzes Leben lang rede ich kein einziges Wort mehr mit dir. Oh, dann war das der letzte Satz aus deinem lieben Gosser. Das ist bedauerlich, sehr bedauerlich, ne? Du brauchst dich gar nicht lustig machen über mich und meinen Schmerz. Warum tut da was weh? Du weißt ganz genau, von was ich rede. Sowas, sowas Gemeines, sowas Ausgeschammt, sowas Niederträchtiges, sowas... Ja, es fällt ja nicht mehr ein, gell? Nein, auf jeden Fall hätte ich dir so eine Tat nie zugetraut. Na, schau, Moni, schau, unser Bärter, das ist halt einmal kein Meerschweinchen, sondern eine ganz normale, fette Sau, ne? Fett, die ist nicht fett. Die ist grad recht so, so richtig liebmalig. Und normal ist die Bärter schon gleich gar nicht. Papa, du selber hast immer gesagt, dass die Bärter für eine Sau unwahrscheinlich intelligent ist. Ich glaub, dass die alles versteht, was man zu ihr sagt. Ich glaub das schon, aber so intelligent ist unser Bärter auch wieder nicht, dass sie in einem Zirkus als Seiltänzerin auftreten kann, ne? Und darum wird sie geschlachtet und gefressen. Und du meinst, dass ich das Schwein umsonst so hochpäppelt hab, ne? Aber auf jeden Fall nicht dazu, dass jetzt so hinterrücksch, dahin gemetzelt wird. Also, bitte schön, keine Diskussionen mehr. Der Kessel ist bereits geheizt. Ich geh jetzt. Ja, wo gehst du hin? Im Abschied von der Bärter. Woi? Das darf doch nicht wahr sein, was das Madl für ein Theater macht, wegen dieser blöden Sau. Aber ich hab zu meiner alten, äh zu meiner Holten, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert das schon, die Spiegel-Eier, wenn sie in der Pfanne drin liegen, weil es keine Bibel geworden sein, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Ah, Lois, du sitzt da herinnen und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, da sind ja auch noch ein paar Schleifer und dann, also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stehst du mir bei Janis daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du, du könntest dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel, Schweinchen adein, schlacht unter dir, unter dir. Ich spinn doch nicht, ich sing doch einer Sau nix vor. Und, hab dich schon einmal daneben gestochen? Geh, Lois, deswegen brauchst du nicht gleich so narisch werden. Ist aber auch, ich werde nicht narisch, mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Sollte es vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will noch nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Nein, ich nicht, aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir der Sau was vorsingen und dann würde ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Halt, ich gebe auf, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich ausversehen die Obstich, statt die Sau, ne? Rutscht mir doch ein Buckel runter. Ich geh jetzt zu uns, oder Berta? Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl, weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Ah, 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 ah! Und dann, ich brauch bloß so sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay, ihr meint bitte, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein. Rohlinge seid ihr. Ja. Jawohl, Rohlinge. So, Rohlinge. Ja. Weißt du, was wir sind, wir sind? Bestien sind wir, Bestien. Da brauch ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sieh schon, Kummer. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama. Oh, mein Gott. Schönen Tag wünsch ich, Herr Herrenweiß. Aha. Unser zugereistes Nordlicht. Der Herr Schandarm-Dotterweich. Na, wie geht's denn immer, ha? Ach, es hält sich in Grenzen, Herr Herrenweiß. Ja, ja. Die Mentalität der Einheimischen ist schon etwas gewöhnensbedürftig. Ja? Man scheint sich hier immer noch etwas dagegen zu sträuben, mich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Das kommt daher, weil sie ein Preuße sind, ha? Aber sonst sind sie recht ein netter, sympathischer Mann. Das tut wohl, lieber Herr Herrenweiß. Das tut wohl. Hat er sich ja recht, wenn sie ihn wohl tut, weil mir tut es nicht weh. Sie erlauben doch. Bitte, Herr Schandarm-Dotterweich, setzen Sie einen nieder. Wissen Sie, irgendwie kann ich immer noch nicht verstehen, wieso man mich von der Stadt in dieses Kaff versetzt hat. Warum? Ja. Weil in der Stadt schon so viele Preussen drin sind. Bei uns, Herr Rassen, da fallen sie natürlich ein bisschen auf. Da ist ja ganz klar, weil sie da hier bei uns in unserer Gemeinde, bei diesen dickschädlichen Bauern sind, ne? Ja. Irgendwie habe ich immer den Eindruck, man scheint mich nicht ganz für voll zu nehmen. Das kommt daher, weil sie mit uns ein bisschen in der Wirtschaft zusammensitzen. Will man was trinken und so. Kommunion heißt man das, glaube ich, ne? Kommunikation. Ach so, ja. Ich trinke grundsätzlich nicht. Und das ist grundsätzlich ein Fehler von Ihnen? Da sind Sie grundsätzlich bei uns noch Herr Rassen unten durch. Da sind Sie grundsätzlich kein Mannspult, so gewissig quasi, ne? Das ist ja eine unglaubliche Einstellung. Aber eine entscheidende für Sie. Und dann kommt bei Ihnen erschwerend hinzu der saublöde Name, ne? Toterweich. Wie kann es ja noch einer Toterweich nur dazu, wie ein Gendarm ist es heißen, ne? Da muss ja jeder lachen, ne? Dafür kann ich aber nun wirklich nichts. Was glauben Sie, wie ich in der Schule deswegen schon gehänselt worden bin? Ja, das glaube ich Ihnen natürlich. Wissen Sie was? Jetzt kommen Sie heute Abend zum Schlachtschüssel, essen Sie uns, Leber und Blut, wie es stirbt, ne? Und nachher werden Sie Ihre dummen Gedanken schon vergessen. Aber gerne. Ja, dann sehe ich wohl auch Ihre Tochter, das Fräulein Moni. Ja. Wenn Sie nicht schmerzgebeut, wenn der Sau da niederliegt, ist sie da. Ich empfehle mich, Herr Hirnbeiß, und bis heute Abend. Haben Sie recht. Ja, für den Herr Toterweich. Ne, ne, ne. Ne, ne. Wie kann ein Mann bloß Toterweich heißen? Ne. Also, Herr Schauwalsch. Ah, grüß den Nachbarn. Ne. Was denn? Die Sau, die quietscht ja immer noch. Ja, das Joden habe ich dir bis jetzt nicht beibringen können. Wie lange muss er mir denn das noch anhören, Herr? Nichts geschlachtetes. Das gibt es jetzt nicht. Jetzt wetzt der Mann schon zwei Stunden das Messer, anstatt dass er seiner Sau endlich den Gnadenstich gibt. Pass auf, liebe Nachbarin, du dich nicht drum kümmern. Kommst heute Abend zum Schlachtschüssel essen, da gibt's Leber und Blutwurst, ne? Ne, also das, das weiß ich noch nicht. Was? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich bin ich da noch gar nicht so scharf dran. Hör, du lass das bleiben. Du brauchst bei den Nasen gar nicht so hoch steuern, gell? Ich steu gar nicht so hoch, nicht einmal die Nasen. Dann komm jetzt, hör auf. Du weißt ganz genau, dass mir die Sache mit meinem Sohn Beda und deiner Tochter Moni überhaupt nicht passt. Und ich sag dir drauf, da musst du dich mit den jungen Leuten unterhalten, mimisch mich da nicht rein. Sagst du das? Das glaub ich dir so. Ja. Obwohl du dir ja die Finger bis zum Ellbogen hinter abschrecken müsstest. Ich mach's nicht so süß. Ja. Du kannst ja froh sein, wenn mein Beda de Moni nimmt. So notig wirst du sie sehr beieinander habt. Aber über diese Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das glaub ich dir zum Beispiel wieder, weil in der Sache wahrscheinlich du das letzte Wort sprichst, gell? Sehr richtig, gell? Ja, ja. Gleiche doch, du blöde China, du blöde China. Und dass ihr mehrer habt wie wir, häh? Ist ja gut. Aber jetzt mein ich, hast recht, es ist hechte Zeit. So, Pertor. Jetzt habt ihr in letzter Stunde eingeschragen. Jetzt kommst du in den Schweinehimmel. Ich darf dich aber schon schön langsam wieder beruhigen. Sonst wird der Papa noch narrisch. Und mit Recht. Mama. Hast du das gesehen, wie mich die Berta mit ihrem treuherzigen Saublick angeschaut hat? Weißt du, was ich dir sag? Die hat das ganz genau gespürt, dass sie mir Abschied genommen haben. Geh. Wollt ihr doch nicht gesehen. Die hat genauso langsam dringeschaut wie alle wei. Und dann ist das ja auch nicht die erste Sau, die wir schlachten, nicht? Aber die liebt die. Und an keiner bin ich so gekämpft wie an der Berta. Mei. Wie es mir immer nachgelaufen ist, so auf Schritt und Tritt und dann hat sie mir so angeschopft mit ihrem feuchten Riesl. Und wie lieb die immer grunzt hat, wenn ich sie hinter dem Ohrwaschel grault habe. Mei, lieber, jetzt hörst du aber da rauf, gell. Das ist ja gar nicht mehr normal. Geht zu deinen Bären rüber? Graul den hinter die Ohrwaschel, bis er grunzt. Und überhaupt, jetzt ist es für einmal an der Zeit, dass du ans Heiraten denkst und Kinder kriegst. Du, dann wird es dir schon vergehen, dass du wegen einer Sauer so ein Täter machst. Was? Heiraten? Wie? Ein Bären? Herr Freilich, bin ich denn sonst oder kennst du nur einen anderen? Nein. Na also. Geh, Mama. Das hat doch noch Zeit. Freilich, lass doch nur recht lange Zeit. Bis er mir andere über den Weg läuft. Mein lieber Madl, das hat es dir schnell bei den Mannsbildern. Na und? Na und, sagt's. Ich verstehe dich gar nicht. Du bist wirklich nicht mehr ganz gesund da drum. Eine Sauer kannst du dir alle wieder kaufen, aber der Mannsbild nicht. So. Da laufen noch nur um einen Abend. Und übrigens, Mama, ich will mich einfach noch nicht festbinden. Da habe ich doch nichts mehr von der Jugend. Jetzt fangst du da gerne eine, gell. Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt, he? Über dieses Thema reden wir zwei noch. Aber nicht heute. Du hast die gelben Ruhm putzen. Die ist in dich. Hast du mich? Der Papa, der hat schon recht gemacht. Wir haben irgendwas Falsches gemacht mit deiner Erziehung. Das warst du von der Wurst und überhaupt von der ganzen Bertha ess ich keinen einzigen Bissen. Und wenn ich langsam verhungere. Dabei habe ich so gerne einen Schweinsbrun gegessen. Und ich bleib dabei. Die Bertha weiß ganz genau Bescheid, weil sie mich so traurig angeschaut hat. Ah, grüß dich, Moni. Grüß dich. Was machst du denn da? Aha, geh, wie rumputzen. Da, schau her. Jedes Rübchen gibt ein Grübchen. Na, warum sagst du nichts? Magst du mich nicht mehr? Ach, es ist wegen der Bertha. Geschlacht wird's halt. Na ja, fett nur ist sie ja. Sag mal, jetzt fangst du auch noch an. Ja, das hätte man ja denken können. Ja, wieso denn? Jede Schwein wird doch mal geschlacht. Wo liegt denn das Problem? Die Bertha isst aber nicht jede Schwein. Ach, was redet denn überhaupt hier? Ihr Mansburg habt alle miteinander kein Gefühl für die leidende Kreatur. Also, das geht ein bisschen über meinen Horizont. Ja, dann red nicht und lass mir bitte schon mal Ruhe. Ach, komm, jetzt soll ich nicht gar so fahren. Ja, Moni, ich hätte ganz gern was mit dir besprochen. Muss das ausgerechnet heil sein. Ui, heil bist aber gut drauf. Dann hab ich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wennst du jetzt wieder da früh anfangenst, wann wir endlich heiraten, dann kannst du gleich wieder gehen. Ja, also mit dem Thema liegst du nicht ganz daneben. Also, Moni, jetzt pass auf. Das mit... Ja! Ach, schau her, da sitzt ja das junge Paar. Ach, ist das ein reizendes Bild. Also, das geht so richtig zu Herzen. Sagst du mal, wann ist denn jetzt auch eine Hochzeit? Ach, wir haben ja schon so lange keine Hochzeit mehr bei uns im Dorf gehabt, wo doch die Hochzeiten wirklich das Allerschönste sind. Ja, die hat man gerade noch erzählt. Ja, ja, Frau Agnes, wir regeln das schon. Ja, ja, aber dürft's nur nicht zu lang warten. Na ja, ich weiß schon, die jungen Leute heizen da, die sind ja so unentschlossen und so flatterhaft. Ja, da wird immer umeinander probiert. Hin probiert und her probiert. Statt, dass man heiratet und ein Leben lang beieinander bleibt. Und dann vielleicht ein Leben lang unglücklich ist. Ach, so ein Schmarrn. So was, so was hat's ja früher auch nicht gegeben. Da hat man gar keine Zeit gehabt. Unglücklich sein, so eine, so eine neu-modernische Erfindung ist das. Früher, da war man froh, wenn man überhaupt geheiratet worden ist. Nein, nein, ich meine natürliche. Da war man froh, wenn man verheiratet war. Ja, da können Sie ganz besonders gut mitreden. Geh, Fräulein Agnes? Ja, selbstverständlich kann ich da mitreden. Oder glaubst du vielleicht, ich bin schon als alte Jungfrau auf Dweinkummer? Ja. Was? Also, pass auf, gell. Ich, ich hab genügend Verehrer gesucht. Ich mein, gehabt, ja. Nur zum Heiraten, da waren sich die anderen immer zu gut. Da war ich mir für die anderen immer zu gut. Ach, bis jetzt, Miss Mark. Auf alle Fülle bin ich jetzt eine reißlos glückliche Pfarrersköchin worden. Na, sehens, die Wirklichkeit bleibt mir ja auch immer noch. Was? Moment einmal, wir haben nur einen Pfarrer und der gehört mir. Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich mein dem Kochs, ich schon. Nein, ich. Ach, ist mir's morgen. Auf alle Philippine schaust jetzt, dass der Monika bei Teiretz, gell. Ja, und, äh, da kommt's gar nicht auf dumme Gedanken. Ja, und wenn wir gar nicht weiterkommen, kommen wir zu Ihnen und holen uns Rat. Gell, Fräulein Agnes? Ja, das ist eine gute Idee. Das teerts, Kinder. Äh, haben Sie eigentlich viel Zeit, Fräulein Agnes? Ich? Zeit? Wieso Zeit? Na, ich meine nur, was Ihnen überhaupt denn präsiert. Was? Mir präsiert Sie? Also, die jungen Leute heutzutage, ich hab's überhaupt keine Ahnung. Und wie es mir präsiert. Rutsch einmal ein bisschen. Also, jetzt passen wir auf. Erstens muss ich heute noch die ganze Kirche putzen. Ja, was glaubt ihr mir, was das für eine Arbeit ist? Ja, mein Gott, da könnt ihr überhaupt gar nicht mitreden. Und zweitens, äh, zweitens, was war denn? Zweite? Ach, ja, richtig. Moni, der Papa tut doch heute schlachten, gell. Ja. Ja, und, äh, damit die Mama nicht extra rübergehen muss zu mir, hab ich gleich einen Töpfel mitgebracht, gell. Schau her, da unten möchte ich bitte die Suppe und oben das Fleisch. Ja, ich sag's der Mama. Ja. Und sag's der Mama bitte noch, sie möchte auch für den Herrn Pfarrer extra noch Blut- und Leberwürsten rüberschicken. Die isse ich so gern. Was? Die isse der Herr Pfarrer so gern. Ja, ja, ich richte schon aus. Ja. Wollen Sie sonst noch irgendwas? Sonst noch? Ja, was gibt's denn sonst noch? Von der Sau. Vielleicht Wammerl? Na, 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 Wammerl. Wammerl is uns viel zu fett. Na, des mingen wir nicht. Ja, aber, ja, wir war's mit Kolbsfürseln. Was? Kolbsfürseln? Ja, und der Sau. Ach so. Ja, richtig. Ihr schlacht's ja Sau, gell. Also, das is ja lustig. Sau mit Kolbsfürseln. Das wär' ja direkt der reinste Wolperdinger. Ja, ja, dann, dann, dann geh ich halt jetzt wieder, gell? Ja, weil ich hab ja doch noch viel Arbeit, gell? Okay, also dann, ähm, auf Wiedersehen, ihr zwei. Und jetzt ja nicht vergessen, dass man frühzeitig Bescheid sagt, wegen eurer Hochzeit. Ihr wischt schon, wegen dem Blumenschmuck in der Kirche. Ach, wird das eine schöne Hochzeit. Also, da werd ich oben ein paar Rosern hinsetzen. Unten müssen dringend Tag- und Nachtschatten hin. Und auf der Seite kommt dann ein paar Freien. Endlich ist die fort. Na? Was wird mir jetzt ganz draus gebracht? Glaubst du's? Und mir, wenn's siegt, fragt's mich jedes Mal, wann wir endlich heiraten. Ja, genau, über das wollte ich ja eigentlich mit dir reden. Also, Moni, das mit dem Heiraten. Das hat noch Zeit, meinst du? Ja, das auch. Das heißt, sowieso, ich... Schau, Moni, ich hab dich doch wirklich gern. Das war's doch, oder? Ja, wir kennen uns ja auch schon lange genug. Genau. Wir sind ja praktisch miteinander aufgewachsen. Ja, das war wirklich eine schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, oder? War ganz nett. Was heißt denn da ganz nett? Ich mein, es hat doch Zeiten gegeben, da... Was, Peter? Wir haben uns doch richtig gut verstanden. Wir haben doch nie, wenigstens ganz selten, miteinander gespritten. Und das heißt doch schon was, oder? Ja, sag mal, Peter, auf was willst denn du eigentlich raus? Ja, ich möchte endlich einmal wissen, wer auf die Idee gekommen ist, dass wir zwei heiraten. Ihr habt doch diesbezüglich nie was gesagt. Na, ich aber auch nicht. Ja, wieso redet dann der ganze Ort davon? Ja, wahrscheinlich, weil wir die meiste Zeit beieinander sind und weil wir ganz selten miteinander gestritten haben. Ja, Moni, die Rumdruckerei, die bringt jetzt auch nichts mehr. Moni, ich sag's jetzt ganz gerade raus. Das mit dem Heiraten von uns zwei, wert nix. So, und warum nicht? Das trifft dich jetzt schon hart, gell? Na. Was, wieso nicht? Schau, Moni, ich würde dich eigentlich unglücklich machen. Okay, wer sagt denn, dass ich unglücklich bin? Was, wieso nicht? Du bist nicht unglücklich, wenn ich dich sitzen lass? Na, es tut mir leid, na, ich bin's nicht. Das ist ja ein Hammer. Ich trug wochenlang rum, hab schlaflose Nächte, ein schlechtes Gewissen, weil ich sie sitzen lass und sie ist nicht einmal unglücklich. Du, und schlaflos? Jawohl, schlaflos, weil ich nämlich Angst gehabt hab, du kannst da was andoern. Gepi, also jetzt muss ich wirklich lachen, weißt du das? Das trifft mich hart. Das trifft mich jetzt hart, dass dir das so vollkommen wurscht ist. Was? Also ich hätte schon mal gemeint, dass es mir zwar und so weiterholt. Ich bin so blöd, aber sag einmal. Soll jetzt vielleicht ich dich trösten? Wurscht ist mir das nicht, aber ich bin halt nicht unglücklich. Das wär der männliche Stolz schon verkraft, hm? Mich trifft sie im Moment viel härter, dass meine Sauheit geschlachtet wird. Was? Einer Sau waren sie nach und mir keine Träne. Ich bin doch der größte Ochse am Anantag. Na, das bist du nicht, Peter. Ich hab dich gern, wirklich. Ja, das merk ich. Mich mit einem Schwein auf die gleiche Stufe stellen. Aber es heißt auf die gleiche, sogar noch drunter. Und ich habe dich gern. Untertitelung des ZDF, 2020